da hinten startet ein petanodon durch habe ich nicht gesehen auch nur wegen dem leck irgendwie so jetzt lass mal rausschwimmen und dann schauen jetzt ist meine saver fast überladen da links zwei stücke welches level der ist 55 der weiße wo ist ein anderer und der andere ist 60 wenn wir den 60er mitnehmen ja der landet auch jetzt das auf dem felsen drauf bleibt da bitte den können wir den dann überhaupt noch zählen also passiv oder müssen wir den dollar den müssen wir glaube ich so oder so dann machen oder kann man die fiecher passen ich gucke einfach mal ich gehe mal nahe hin oder den einfach okay den gleich holen sicher ist sicher geht wahrscheinlich eh schneller so jetzt drauf schießen nicht im kopf so super geil wo ist eine andere den schieße ich auch noch unter ane das war schon das über wasser vielleicht kommt da er lenkt hierher ja es geht egal die kann man so reiten oder nein jetzt dreht er ab mir kann sie nicht aber ich habe glaube ich mein sattel dabei eine da ist ja der kommt der kommt der kommt wenn ich den einfach mal im wasser runterschießen versuchen bist du sicher dass du da zu fuß hingehen möchtest ja das sind ja okay warte der kommt er kommt auf die insel oder sieht so aus ich halt schon mal die boulder bereit vielleicht treffe ich ihn dann jetzt lenkt er ab ist er fast nicht weg du blöder penner alter diese noch fünf mal essen ungefähr diese nervigen fische sind so kacke die drücken einen immer irgendwie unter wasser war nicht dass du gleich ertrinkst hier sind so kacke schau mal wie viele das sind als sie die wollen alle was von dir gibst du doch mal was kriegt nichts bei mir die bürtteln schon so okay einer es hier 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 ach shit schatten war über mir habe ich gedacht so ah geil das jetzt da ja 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 er kann sich nicht entscheiden entscheide ich du bist wie sehen es vielleicht weiter runter noch einer ja 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 jetzt hänge ich in diesem vogel fest nein geht doch auch dieses misst ich wenn es jetzt umdreht wieder ich glaube es haben wir das im wasser ich möchte das im wasser oder kommt da kommt da kommt da kommt da soll jetzt aber kommen ich bin sein er in sein wie mach mal admin lock an wofür denn das ach so zum schieten da also dieses misst fisch das kommt nicht drei wo soll ich es einfach warte ich versuche es mal zu bohlen oh fuck oh ja du hast es nee du hast es doch die bohlen hat getroffen alter geil ich habe einmal getroffen ich schieße auch noch mal drauf ich glaube das war es jetzt jawoll alter ich habe die bohlen hat eigentlich gar nicht gesessen die hat aber richtig gut getroffen perfekt ich bin es ist der pico gargore und api legion ist also dumme ente erwarten wenn denn die um jo geil ich hoffe die überleben das auch und wie viel gewicht viel zu wenig 120 ok das will ich mich verarscht wie will ich so ein mist wie ich reiten sehen kann ich saß noch nie auf einen drauf ich kann fliegen oh gott ok ich kann doch nicht mehr ausleckt will er hin gut ok will aufliegen hast du jetzt paar sachen abgelegt ja ich kann fliegen warte mal warte mal sind die delphine noch da wir könnten ja wir können die beiden ja ganz kurz level mit denen hier unten ja stimmt aber die kurz dann am besten auf passiv wenigstens dass die zwei drei level auf gewicht kriegen vielleicht können ja dann einer einer geht dann was ins wasser ich glaube die mal an nur gut und gut ihr blöden delphine er hätte mit rettet mich rettet den bullshit er hat essen vor ja feiner delphine drückt mich nicht unter wasser du blödes mistlich aber wie die sich da tümmeln alter schon mal wollen das geht's warte 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 auch jetzt noch draufsetzen ja warte kurz ich mach gleich alle weg hier wir haben eine ente und jetzt ist sie schon wieder überladen ich gebe dir mal einfach auf gewicht hier würde ich auch machen einfach erstmal auf gewicht dass die überhaupt eintragen kann jo nächste weg ach komisch jetzt haben sie alle kein bock mehr wer hat denn kein bock mehr die delphine amega döner has joint äh döner döner so ist er gleich fertig ja noch einmal essen hier willst du die äh die viecher die landviecher rüberschaffen und ich mach dann die flugviecher oder ähm ich würde ich hätte ich auch gedacht äh einer nimmt jetzt die landviecher und einer die flugdinos weil der jetzt gerade schon drauf sitzt kannst du den dann nehmen ja ich schau mal kurz über die besseren stats von beiden haben ja ich denke mal deiner ist besser ne dieser 95er ja ein besseres standard gewiss so hier der folgt mir noch ah ne der folgt dir so mal sehen bullshits shitty mitkomm habsi jo geile headshot headshot boom tot weng 130er ente ah die hat auch kein weight ich glaube hat gar keine ich denke mal ist egal wie hoch die hat komplett nichts die hat keine ahnung standardmäßig 140 weight oder so du bist jetzt auf der kleinen insel immer noch ne jaja ok ich komm rüber ich glaube ich könnte ja echt den ganzen teils solche blöden Enten jagen äh Entenjäger nächstes mal nehme ich die schrotflinte mit für die Enten ne alter richtig klassisch ne ich hab der jetzt als die gelandet ist mal einfach in den kopf geschossen vorne jo dann lag die schwimmer müsste echt so äh diese so art wie ne bowler bloß für ne waffe machen ne so mit netz dran kennst du die jaja das fehlt hier auch noch oder so bolas mit schwimmdingen vorne dran weißt du oder sowas genau dass die wirklich das so bojen ja dass die sofort wenn sie runter gehen hoch äh wieder hoch kommen dass sie es von alleine irgendwie aufbläst ja pelago gornis so ich bin da so yay einmal zu oft geschossen ich hab ja nur einen schuss verpasst der bild jaja ja hast du ein bisschen leder du da ja guck dein saver und mein saver hat äh wolf hat was oder ähm die refs können hier raus oder was ich bin dann saver ja kannst du das mal immer wo wir werden angegriffen schau dass der die Ente nicht trifft ich sehe nichts ich bin angespuckt ja ich töte sie schon da ist noch einer so weg mit denen ich hab gerade random geschossen aus der Saison das ist so fuck hoffentlich habe ich die Ente jetzt nicht hier beschrieben du hast mich getroffen echt jetzt? mein wolf im schwanz rein Panik Panik oh wieder ne weiße hübsch 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 ja ist ja gar männlich keine ahne was sind die anderen zwei für geschlechtlich äh female und female ja perfekt dann können wir zwei neue komische machen geil dann brauchen wir ja gar keine mehr ja siehste dann hat wirklich nur noch dieser äh gefehlt der jetzt da unten ist zwei Mädchen zwei äh ein Junge der Junge ist glücklich so dann würde ich sagen ab nach Haus ne? ja so mal sehen wer eher da ist ich wette du aber mal schauen ja ich mach grad noch Abner mit dem das ist der hat aber vier Stamina der hat aber vier Stamina der hat sogar keine Stamina scale aber was geht denn jetzt hier grad an? äh hier bei der Pinguininsel das ist das ist Sub Zero aber nur einer die anderen die anderen zwei wollen auch gleich wieder auf den Beker womit äh kriegen wir den? ja ach das ist Ekka seine Ente ja welcher Alter ich glaub ich mach ne ich oberste ja die oberste ja dem wollen wir da schnell mit den Stamina er kommt hoch er kommt hoch renn lieber weg das kann dich ja one hitten wie er kommt hoch wo kommt er denn hin wo? ne wir schalten die mittlere ne er wollte ja ein Spiel nur noch äh du kannst auch die mittlere haben die wo ist denn im Rhin und wo ist denn im Rhin und wo ist denn im Rhin und ich komm nicht zu dir ich hab bei der Pinguininsel auf jeden Fall rechts von der Pinguin jo dann save oh sehr schön wir sehen ist er noch da wo ist jetzt schon die was war denn das? das ist ein Sub Saber hast du ihn selber stehen lassen? ne äh den hatte ich ja noch ach so spieler oder was? ja ich komm auf jeden Fall die sind äh mehrere sind da Sub Zero also auf die Maschinen machen hin nach dem komm auch was ist denn hier? was? relax ah da oben ist er doch noch da sind die ganzen scheiß Rexe am Morgen muss ich hin ja gehen wir runter oder? die wird schon von mir hoch abgezogen ja kommt runter ah da kommt er doch bist du? äh ist ja einer bei der Pinguinininsel oder? nein nein ich weiß nicht die stehen hier alle Pinguininin die stehen hier alle Pinguininin du bist aber nicht mit meinem da unten sind denn jetzt die Rexe braucht ihr den noch? dann gehen wir da schnell mit den Rexen hin ich hab drei Rexe hier man chill green bist du schon zu Hause? ne ich bin bei der Pinguininin wir kommen erstmal heim hast du noch eine halbe Stunde oder das ja ich will jetzt noch Zeit rum Eckart deine Katte deine Ente will was? ja Trockenfutter ach klar ja scheiße was hast du Zapsio drüber? ja ich guck gerade also auf jeden Fall auf der rechten Seite waren sie wenn man einfach aus unserer Richtung kommt du bist aber nicht mit der High Level Ente runter oder? ne ich bin mit dem Spino runter ja 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 hättest du in meinem Kündel ok hier sind sie noch ja 30% äh rechte Seite da wo der Fluss aufwärts geht wo der Fluss aufwärts geht ja hier ist es auch in der Pinguinininsel äh bei der Pinguininsel da geht nur ein Fluss äh fließt da rein und da sind sie alle am Fluss? da wo wir einen T-Rex und einen Spino gezähmt haben da wo wir das machen wollten ich seh da einen Wolf das bin ich das bin ich ok ich bin hier dir siehst du mich? ähm warte aber da hinten sind die mit dem Rhino ja mit dem Rhino genau wo ist das Rhino? wo ist das? ich bin da abflüssen du musst bis zu uns wieder laufen hier hier genau 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 hier bin ich hier hoch hier hoch da muss einer mit dem Rhino sein da ok da läufst du gerade hin ah da drüben da ist einer mit dem Bär da ist einer mit dem Bär ich werde angegriffen wo bist du denn? wohin T-Rex? ich guck gerade ich guck gerade kann einer zur Pinguininsel kommen? ich ich seh sie ich seh sie ach hast du sie? shit jaja wo sind sie denn genau? oben am Flusslauf rechts oder links vom Fluss? am Ende da wo der Fluss aus dem Berg kommt ok da läuft hinter mir da ist einer mit dem Bär da ist ein Spino und ein Bär ja der Bär greift mich an also Tilo wolltest den Fluss nachfolgen oder? ja ich folge gerade im Fluss hier gut gucken ich muss kurz vor was finden ah ja der macht echt gut damage weg da weg da ich seh ihn auch ich pfeif die mal auf den ich pfeif die mal auf den scheiße da ist er da ist er da ist er lass den Kill mit seinem scheiß Bär ja der lag sei ist leckend ist hammer ich darf ihn mit der Ente runterkommen ne bringt nix ja zum verfolgen ne du kannst den Spieler runterkloppen oh warum sind denn diese Bären so schnell? den den kriegst du nicht so süß Alter wo seid denn ihr? ich hab doch gesagt der One-Hitter ja Alter ich hab den gar nicht kommen sehen ich darf doch nicht da da siehst du wo seid denn ihr? umdrehen wieder ich war da wo die Spinosse sind da ist ein Bär das alte Bär da wo die was sind? da wo wir erst gerade waren ihr seid gerade da ja screen ja das leckt mein Körper liegt da irgendwo oh warum haben wir die scheiß Rechse nicht dabei doch einer war mit den Rechse nein hier opion ja bitte was betrike bitte danke ja fightet ihr da unten noch ne oder? ja ja ich bin fast tot alter die Rhenos sind ja richtig krass ja wow nice alter gut gespielt ich wurde davon weiß ich wieviel angegriffen alter ja er lasst bevor wir jetzt die Tira noch sind und was verheißen ja scheiß drauf das Rhenos gleich hin das kommt nicht mehr weg sag doch Rhenos sind nur P ich hab Spieler mit Lenkrad gekillt gekillt den Bär wo liegt ihr? ja der ist tot welches Level waren die Leute damit wir ungefähr wissen wie stark wir sind vom Level her der war 84 glaube ich der KS Kasa oder wie der hieß 86 ist Spiel mit Lenkrad und 85 Kasa lass mal außen vor die Base noch so ne Tatch Foundation vergrößern das ist aussieht als ob wir nur ne Tatch Space hätten ja Opium was bist du? was bist du? was bist du? was bist du? ein Fallschirm zu spät gezogen und ein BATZ ach guck jetzt haben wir schon 3 Thelorios Implantate zum bauten ähm jetzt frag mal im Chat ob wir jemand Thelorios Implantate haben was ist denn jetzt auf die oral verteilungssinnladen geworden? wuf 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 so wie ist wie 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 Untertitelung des ZDF, 2020